hallo zusammen heute möchte ich noch mal ein video zu kgs machen da hatte ich im letzten jahr auch schon eins dazu gemacht und ich möchte mir die distro damals schon gefallen hat nochmals ansehen und mal sehen ob dieses nicht sogar schon eine distro für einsteiger wäre zumindest aber eine distro für alle die mal ein arch system installieren möchten ich möchte deshalb jetzt auch gar nicht so auf die webseite eingehen das mit blitzschnelle geschwindigkeit stabilität und so weiter dann hier die merkmale hier bekommen wir angezeigt welche desktops alles möglich sind zum installieren klicke ich hier mal auf herunterladen hier habe ich die auswahl zwischen kde plasma und gnome xfce gibt es hier noch nicht dann lade ich mir mal die plasma variante herunter und starte die live also einmal so der start hat etwas gedauert angezeigt wird uns gleich ein welcome fenster das ganze englischsprachig können wir hier auf deutsch umstellen und dann klicke ich gleich mal auf installation starten und hier haben wir die auswahl zwischen online und offline offline installiert uns nur jetzt den kde desktop auf online haben wir dann weitere möglichkeiten dann können wir hier unseren bootloader auswählen ich lasse das ganze bei grab und dann wird uns calamares gestartet im hintergrund läuft ein terminal mit calamares mit den anzeigen unten willkommen deutsch dann klicke ich hier auf weiter europa berlin hat er auch erkannt die tastatur passt festplatte löschen standardmäßig verwendet jetzt kg os xfs als datei system also mir wird jetzt hier bei der automatischen partitionierung eine efi boot datei angelegt und der rest als komplette xfs partition ich lasse das jetzt mal so klick auf weiter jetzt kann ich mir schon meinen desktop aussuchen und ihr seht wir haben hier ziemlich viele ukui ist ja von ubuntu kailin glaube ich der desktop der funktioniert nicht richtig das habe ich schon mal probiert ich lasse jetzt ich wollte zuerst mal cute fish probieren aber ich lasse das ganze mal denn wir möchten ja uns eigentlich die distro anziehen und nicht den desktop deshalb klicke ich hier mal auf weiter dann habe ich im nächsten fenster noch die auswahlmöglichkeit von zusätzlichen paketen zur installation kann hier einiges abwählen oder auch hinzu wählen ich lasse jetzt hier mal die standardeinstellung firefox lasse ich mir mit installieren mit dem sprachpaket druckersupport support für hp printer und scanner hp drucker und scanner klick hier auf weiter darf schon meinen benutzer anlegen und ein schweres passwort vergeben und lass mich jetzt auch automatisch einloggen klick hier auf weiter bekommen die zusammenfassung und klickt dann auf installieren im hintergrund läuft immer noch das terminal mit bis die installation abgeschlossen ist denke ich es reicht wieder für eine tasse kaffee oder ein kleines gläschen punkt 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 so die installation ist beendet dann klicke ich hier auf erledigt und lasse das ganze neu starten also die installation an sich hat jetzt doch etwas gedauert bestimmt zehn minuten so wir werden wieder begrüßt von einem willkommen fenster das mache ich jetzt später möchte hier kurz nur auf den desktop eingehen also es ist ein aufgeräumter kde desktop hier ist nicht viel verändert bis auf das dunkle sie unter einstellungen firewall puse audio systemeinstellungen dann entwicklung haben wir nichts besonderes nur ein bild betrachter oder besser der kde bild betrachter unter internet firefox um der cage browser also ihr eigener browser unter multimedia eigentlich so gut wie nichts mit btop eine alternative zu hartop oder agetop ja schönes tool das cagey os hello der starten wir dann noch mal kurz noch mal zu dem cagey browser zu dem eigenen browser der basiert auf firefox bringt uns zuerst mal werbung ansonsten schön aufgeräumter browser jetzt suche ich hier einfach mal wir sehen hier schon die suchmaschine wurde hier angepasst also von dem her schön so jetzt zum willkommen fenster denn ansonsten eigentlich ein ganz normaler kde plasma desktop ohne vorinstallierter software das finde ich sehr gut hier haben wir wieder den button software dann apps tweaks hier können wir unser system aktualisieren pakete neu installieren die schlüssel auffrischen klicke ich mal auf dem paket installer von cagey selber ich sage jetzt mal ähnlich mx linux hier haben wir gängige software die wir direkt aus diesem tool hier heraus installieren können virtualisierung virtual box word manager gnome boxes wbs office können wir hier direkt installieren bin ich hier only office libreoffice free office also hier ist denke ich doch für jeden etwas dabei hier kann sich jeder sein system dann relativ einfach zusammenstellen schließe ich das ganze mal wieder dann gibt es den kernel manager ähnlich wie bei manjaro verwendet wird jetzt der kernel 6.6.82 stable wir können uns hier jederzeit einen anderen kernel aussuchen finde ich auch sehr gut gehe ich hier wieder zurück beim stadt möchte ich das nicht apps installieren das hatten wir gerade schließe ich das fenster jetzt suche ich mir hier mal software was sonst noch dabei wäre octopi ja octopi das wie soll ich sagen das gegenstück zu pemmack hier können wir uns aber wirklich dann pakete auch aus dem auer oder aus dem auer installieren suche ich hier mal wps nimmt hier auch nur die cagey eigenen repositoris einstellungen auer und hier kann dann wirklich auch das auer mit ausgewählt werden gut das soll jetzt nur mal ein kurzer blick noch mal gewesen sein ich finde es nach wie vor ein sehr sehr schönes system im terminal ist ja neofed schon hinterlegt das ganze system wurde jetzt mit 946 paketen installiert ich finde das eigentlich gar nichts übrigens hier wird nicht bash verwendet sondern fisch gefällt mir auch auch das terminal gefällt mir an sich machen wir hier mal schnell ein update oder ein system update vergebe ich mein passwort klar wir hatten die online variante zur installation hier gibt es nichts zum aktualisieren das terminal an sich gefällt mir auch die einstellung selbst möchte ich jetzt nicht rein gehen oder nur mal ganz kurz ich bin ja so ein freak mit effekten ob es hier standardmäßig die wackeligen fenster gibt nein ist hier nicht dabei okay so schlimm ist das jetzt auch nicht kurzes fazit mir gefällt keiji us sehr gut ein system ohne vorinstallierte software dass man sich dann selbst seine programme auch installieren kann octopi an sich gefällt mir jetzt nicht der paketinstaller von keiji ja erinnert mich jetzt etwas an soll ich sagen an mx linux das soll jetzt aber kein hinderungsgrund sein also mein fazit zu keiji einfache installation zahlreiche auswahl an desktops gefällt mir sehr gut octopi hatte ich schon erwähnt gefällt mir jetzt nicht ich zeig euch mal kurz ein tool von mir das ich unter arch verwende und zwar bau vielleicht mache ich hier mal ein separates video dazu wie man das ganze installieren kann hier besteht die möglichkeit ja flatback snaps app images das vom arch aur repository oder direkt aus den arch repositories software zu installieren das ganze gibt es auch für ubundo debian mir gefällt dieses tool hier sehr gut ich finde es ja teilweise sogar besser wie per mac aber wieder zurück zu keiji das soll es für dieses video gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und dann bedanke ich mich fürs zusehen und hoffe doch bis zum nächsten mal